In Deutschland sind im vorigen Jahr mehr als 30.000 Menschen an dem Coronavirus gestorben. Das teilte das Statistische Bundesamt heute auf Basis einer vorläufigen Auswertung mit. Zudem habe es mehr als 6.000 Tote mit dem Virus gegeben. Die EU-Kommission hat Kartellstrafen gegen BMW und Volkswagen in Höhe von insgesamt 875 Mio. Euro verhängt. Die Hersteller haben sich in unzulässiger Weise über die Größe der Tanks für den Kraftstoffzusatz AdBlue abgesprochen, wie EU-Wettbewerbskommissarin Westhager mitteilte. AdBlue hilft bei der Reinigung der Dieselabgase. Auch Daimler war Teil dieses rechtswidrigen Kartells, kommt als Kronzeuge aber ohne Bußgeld davon. Es ist nicht die angenehmste Aufgabe. AdBlue nachfüllen beim Diesel riecht ein bisschen streng und kostet zudem Unannehmlichkeiten, die VW, BMW und Daimler ihren Kunden offenbar ersparen wollten. Aus Sicht der EU ist klar, die Konzerne haben sich abgesprochen über die Größe der Tanks und wie lange sie reichen sollen. Das Ziel offenbar, wenig AdBlue, damit aber auch weniger Umweltschutz. Obwohl sie bessere Lösungen gehabt hätten, haben sich die Firmen verständigt, sich keine Konkurrenz zu machen und dass niemand mehr tut als das Minimum, das das Gesetz verlangt. Bewusst kein Wettbewerb also um möglichst sauberes Abgas. Die EU verhängt deshalb jetzt Strafen. Für Volkswagen sind es 502 Mio. Euro, für BMW 373 Mio. Euro. Daimler muss nicht zahlen, weil der Konzern die EU über das Kartell informiert hat. Keine Interviews dazu heute. BMW erklärte aber, die Strafe zu akzeptieren. Von VW hieß es, die EU betrete juristisches Neuland, wenn nicht Preisabsprachen, sondern Technikkooperation ein Kartell ist. Grundsätzlich ist es schon so, dass im Bereich der Elektromobilität, etwa im Bereich der Batteriezelle, auch Kooperationen zwischen dem Wettbewerb befindlichen Herstellern sinnvoll sein könnten. In der Zukunft muss es hier von der EU-Kommission entsprechende Vorgaben geben. Denn der Umstieg wird für die Branche schwierig und teuer auf Elektroautos und autonomes Fahren. Die heutige Entscheidung ist ein zweischneidiges Schwert. Die EU-Kommission erwartet von der Industrie echten Wettbewerb für möglichst viel Klimaschutz. Zugleich aber verunsichert sie die Konzerne auch, bei der kostspieligen Entwicklung sauberer Zukunftstechnologien zusammenzuarbeiten. Das könnte ein Nachteil sein gegenüber der Konkurrenz aus China und den USA. Zwei Wochen nach dem Einsturz eines Wohnhauses bei Miami haben Angehörige und Einsatzkräfte mit einer Schweigeminute der Opfer gedacht. Bestätigt sind inzwischen 60 Tote. Viele Menschen gelten als vermisst. Weil es keine Hoffnung mehr gibt, Überlebende in den Trümmern zu finden, wurde der Einsatz heute von Rettung auf Bergung umgestellt. Die Ursache der Katastrophe ist weiterhin unklar. Und nun die Wettervorhersage für morgen, Freitag, den 9. Juli. Im Übergangsbereich zwischen kühler und subtropischer Luft zieht ein Tief von den Alpen zur Ostsee. Das sorgt weiter für Unwetter. Heute Nacht Schauer und Gewitter. Vom Süden und Osten bis in die Mitte auch kräftige Regenfälle. Lokal sind Überflutungen möglich. Morgen ist es im Westen und Südwesten zum Teil freundlich, sonst wechselhaft mit Schauern und Gewittern. In der Osthälfte regnet es auch längere Zeit. Heute Nacht Temperaturen zwischen 17 und 9 Grad. Morgen 19 bis 25 Grad im Erzgebirge etwas kühler. Am Samstag vielerorts freundlich. Später von Westen teilweise kräftige Schauer und Gewitter, die am Sonntag den Norden und Osten erreichen.